Das ist ja krass. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Deswegen ist es gut, dass du kommst, das kannst du dir sehen, wie du dir nimmst. Das kriegen sie natürlich nicht mit. Das heißt, man kann das wirklich nur mit Jetski machen, weil nur dann hast du den Wasser ausstoß. Krasse Sache. Der Raphael wird uns jetzt rausziehen mit dem Jetski. Weil er nutzt den Abstrahl vom Jet, um uns zu ziehen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018